Commander, sind Sie bereit für den besten Stream aller Zeiten? Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und wir werden diesen Samstag um 21 Uhr Mass Effect Legendary Edition anfangen mit Mass Effect 1. Yay! Und wenn wir das irgendwann durch haben, werden wir dann Mass Effect 2 spielen und wenn wir das irgendwann durch haben, werden wir Mass Effect 3 spielen. Ähm, dann wird es morgen am 19.05. noch einen RPG Maker Stream geben. Was werden wir da machen? Wir werden ein Tutorial gemeinsam vorbereiten und das wird auch mega cool. Also wenn ihr Bock habt, schaut morgen rein in den Stream RPG Maker. Wir werden zusammen ein Tutorial vorbereiten, das werde ich dann versuchen die Woche noch hochzuladen und wenn ich es nicht schaffe, ja, dann lade ich es nächste Woche hoch, auch nicht schlimm. Der Stream morgen wird offline gehen, beziehungsweise auch privat gestellt, nachdem er durchgelaufen ist, weil der einfach keine Rolle spielt für meinen Kanal, also den muss man nicht unbedingt nachträglich gucken. Aber da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken und mit mir ein bisschen schnacken. Das Tutorial würde ich so oder so morgen vorbereiten. Und da dachte ich mir, ach, kann ich jetzt auch gleich streamen und vielleicht der ein oder andere kann ja mal reingucken, wenn er Interesse hat und mit mir halt ein paar Worte wechseln, dachte ich mir so. Und Samstag, wie gesagt, Mass Effect. Sehr schönes Rollenspiel von BioWare. Ihr könnt Entscheidungen treffen mit mir zusammen über den Chat, über den Live-Chat und diese Entscheidungen wirken sich auf die komplette Trilogie aus. Also Entscheidungen, die wir in Mass Effect 1 treffen, die wirken sich noch auf Mass Effect 2 und 3 aus. Also seid auf jeden Fall dabei und schaut zu, wie sich die Entscheidungen auswirken. Das wird mega geil. Ihr werdet sehen. Sehr schönes Spiel und sehr schöne Trilogie. Wunderschönes Rollenspiel. Kann ich euch sehr empfehlen. Schaut auf jeden Fall rein. Diesen Samstag, 21 Uhr. Streicht es euch rot in Kalender. Ich habe auch eine Umfrage dazu gestartet in meinem Community-Tab. Da könnt ihr auf jeden Fall dann auch mal abstimmen. Wie hoch das Interesse für euch an diesem Mass Effect Stream. Okay. Und hinterlasst doch mal einen Kommentar. Fände ich auch cool. Entweder hier unter dem Video oder unter der Umfrage. Und lasst doch bei dem Video hier mal ein Like da. Einfach nur für den Algorithmus. Da freut sich dann der Algorithmus. Und ich denke mal, ich mich auch. Okay. Spaß beiseite. Das war es von mir. Also sehen wir uns morgen im Livestream. Und vor allem Samstag. Also Samstag wird der geilste Stream aller Zeiten, den ich je gemacht habe. Mass Effect lohnt sich richtig dolle. Wirklich. Mass Effect ist mein Lieblingsspiel. Denke ich mehr oder weniger. Also mein Lieblingsrollenspiel. Sagen wir es mal so. Und. Ich denke. Da wollt ihr. Das wollt ihr nicht verpassen. Das wollt ihr wirklich nicht verpassen. Also. Tschüsseli. 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 Tschüsseli.